Singen hat im Kinderalltag, besonders bei uns in unserem Kindergarten, einen ganz hohen Stellenwert. Wir haben auch Kinder, die in der Früh kommen und die singen das Guten Morgenlied sofort. Die sehen die Pädagogin und fangen an zu singen. Wenn er nicht da ist, also in der Früh, die Kinder kommen und fragen dann, wo ist Bakabu? Dann müssen wir uns eine Geschichte ausdenken, wo ist Bakabu? Wir rufen ihn an, wir haben ihn schon einmal angerufen. Die Kinder fordern das auch tagtäglich ein, sie beginnen zu klatschen, sie beginnen die Rhythmen nach zu klatschen und wir versuchen halt auch wirklich dann, das auch jedes Mal immer wieder anzubieten. Immer wieder in der Pause auch, singen sie vor sich hin, die Lieder das schon kennen, ja auf jeden Fall und sie machen auch wirklich mit im Unterricht, wenn ich die CD einsetze. Und ganz wichtig ist eben der Rhythmus, der geht so ins Boot und die Kinder, die übernehmen das, die mögen das und die erfinden auch Bewegungen dazu und das ist voll cool. Es ist auch so, dass die Lieder, die von Bakabu sind, wirklich mit dem Alltag der Kinder zu tun haben. Also es ist wirklich aus dem Leben der Kinder gegriffen. Die Kinder kriegen einen richtigen Satzbau, sozusagen schon überliefert durch die Musik. Für den Schriftspracherwerb, man nennt das phonologische Bewusstheit, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das ist nicht sprachliches Wissen über Sprache und da geht es ganz, ganz viel um Sprachrhythmus, dass wir erkennen, dass Sprache nicht nur eine diffuse Wortwolke ist, sondern sich aus Worten zusammensetzt, dass die Worte sich aus Silben zusammensetzen und die Silben aus Lauten. Und da ist Musik einfach grenzgenial, um einfach die Sprache zu rhythmisieren, um diese Einzelelemente rauszuhören. Durch die Kopplung von Musik, Rhythmus und Sprache einfach Sprachstrukturen bei den Kindern einfach ganz automatisch übernommen werden können. Also sie lernen sozusagen quasi nebenbei. Ja, weil ohne dieses Wissen, wie Sprache funktioniert, kann man eigentlich Schriftsprache nur sehr schwer ausbilden dann auch. Der Vorteil ist auch, wenn das einfach mit Musik gekoppelt ist, dass gerade sprachgehemmte Kinder einfach dann auch aktiver mitmachen können. Singen spricht so viele Emotionen an. Durch Singen kommen so viele Bilder im Kopf. Und in Verknüpfung mit der deutschen Sprache können Sie diese Begrifflichkeiten, die man da erarbeitet, die Melodie, viel besser im Körper und im Gehirn verankern, als wenn ich es nur spreche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, wir bleiben stehen. Zum Beispiel gibt es da den Berat, der hat einfach rote Bausteine aufeinander gesteckt und hat dazu gesungen, das ist eine rote Tomate. Das ist ein Lied aus dem Lied Obstsalat. Was die Kinder eben lieben, wie gesagt, das ist das, was mit so viel Witz auch gemacht ist. Da gibt es das eine Lied, da geht es um Obst und Gemüse, eben was in die Gemüsesuppe kommt und was halt in den Obstsalat kommt, dass das eben nicht wurscht ist. Und da singen sie schon begeistert mit und ganz am Ende sagt eben das Würstel und ich armes Würstel, ja wo gehöre ich sozusagen hinein? Und das finden die Kinder so komisch. Und jedes Mal, also das ist eines der Lieblingslieder. Und sie nennen es nur das arme Würstel-Lied. Es war wirklich lustig, weil die Kinder kamen und es hat letztens ein Kindgeburtstag gehabt und dann schauen die Kinder rauf zu unseren Bakabu in der Gruppe und fragen dann, aber wir haben noch nicht mit Bakabu Geburtstag gefeiert, wann feiern wir mit Bakabu Geburtstag? Durch die speziellen Themen, die ausgesucht worden sind, zum Beispiel das Aufräumlied, das ist der volle Hit in unserem Kindergarten. Wenn wir die singen, dann werden ja viele Sachen angerissen, die am Boden liegen oder die wir noch zum Aufräumen haben. Und an einem Freitag haben sich die Kinder so umgeschaut während dem Singen und danach haben sie gesagt, das haben wir ja auch schon gemacht. Das ist auch schon erledigt. Wir brauchen gar nicht mehr aufräumen. Wir haben ein Kind, das nicht Deutsch als Muttersprache hat. Es ist drittes Jahr jetzt bei uns. Er spricht seit zwei Jahren gar nichts mit uns. Weder mit Kindern noch mit der Pädagogin in der Gruppe. Aber er spricht mit Bakabu. Und Bakabu hat seine Sprechfreude geweckt. Und er nimmt sich diese Handpuppe und er spricht mit ihr. Und er singt ihr die Lieder vor. Und das ist ganz eine besonders schöne Sache für uns. Hör doch wie der Regen fällt. Viele, viele Tropfen. In meiner schönen Welt. Ich hör sie klopfen. Also das, was ich eben besonders interessant auch finde am Bakabu ist, dass es eine Lücke schließt. Ich habe doch etwas ältere Kinder, die aber von der Sprachentwicklung her großteils sehr verzögert sind. Oder Kinder, die in der Sprachentwicklung her normal entwickelt sind, aber aufgrund von Migrationshintergrund und so weiter, einfach doch Defizite aufweisen. Die Lieder, die ich bis jetzt gesungen habe, eigentlich nicht immer so gut bei den Kindern angekommen. Also es war irgendwie sehr langatmig. Das Singen war langweilig. Und eigentlich seit ich diese Bakabu-Lieder verwende, ist eine Euphorie auch bei den Kindern zu spüren. Es ist nicht zu kindisch, sondern es passt trotzdem genau. Und das ist einfach eine wichtige Lücke. Denn alles andere Material, was es sonst noch gäbe, das ist zu einfach. Das ist zu einfach strukturiert für einen Siebenjährigen. Im Gegensatz zum alten Kinderlied, ja, ist das einfach zeitgemäß. Auch der Rhythmus. Der Rhythmus ist eingängig. Er ist wiedererkennbar. Er regt zur Bewegung an. Aber er überfordert die Kinder nicht. Wir arbeiten seit September damit. Wir singen jetzt das Aufräumlied, das die Kinder wirklich, wirklich lieben. Das die Kinder auch ganz gleich im Tos gehabt haben, muss ich sagen. Sie können es auch ohne CD singen, auch ohne Gitarre. Ich finde, die Musik ist spritzig, modern, vielfältig und entspricht einfach wirklich dem Zeitgeist. Ja, man hört sich das auch gerne an. Immer wieder. Ich beschäftige mich, ich sehe es schon damit. Es gibt kaum wirklich Kinderlieder, wo du sagst, ja, okay, da hast du alles fein. Und in Bakabu erfährst du mit allen Sehnen, mit Emotionen, dass alles drin was brauchst. Und neben all dem Spaß und neben all der Freude, die wir mit Bakabu haben, ist natürlich die Sprachförderung bei uns Pädagogen im Vordergrund. Ohne dass die Kinder es mitbekommen, wissen wir, wie viel Sprachförderung bei Bakabu mitlebt. Yippie yippie ey, yippie yippie ey, wie Cowboys und Indianer. Yippie yippie ey, yippie yippie ey. Yippie yippie ey, yippie yippie ey, wie Cowboys und Indianer. Yippie yippie ey, yippie yippie ey. Wauw, wauw! Wauw, wauw, wauw! Wauw, wauw, wauw! Vielen Dank.